Wir hoffen auf das Beste. Das sieht schon gut aus. So. Aha, und... Bittiii! Mhm. Ja, kommt schon. Haut doch mal irgendwas um, bitte. Ups. Na, Gott sei Dank will ich es. Etwas. Also, geht doch. Mhm. So, didi, da, da, so. Ich möchte jetzt aber eigentlich wissen, wie und wo ich meine Attribute da sinnvoll steigern kann. Weil in dem Mahlstrom ist scheißen Dreck. Das ist irgendwie eine doofe Idee da durch. Find ich nicht gut. Ah. Ich hab zwei Schiffe. Na ja, wenn sie mir so angeboten werden, ne? Warum auch nicht? Nach Ultima 2 bin ich der Letzte, der da einsagt. Oh. Oh, Wind. La 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 la. Hey, war das nicht... ...von Tatsache. Zack, zack. So, dann versuchen wir das Ganze jetzt auf die Schnelle zu machen. Oh, dich hatten wir... Also, im Prinzip alles, was stationär rumsteht, ähm, ist interessant. Toll. Hier ist nichts Interessantes. Das ist doof. Das missfällt mir jetzt irgendwie. Ja, du warst derjenige, welcher sagt. Pray for the invitation. Ja. Gut. Das könnte ja nochmal wichtig sein. Pray in the circle of light. Habe ich dich beim letzten Mal nicht angesprochen? Ich meine, ich weiß, wo der... ...circle of light ist. So ist er nicht. Ich habe mich ja schon mal zwischenzeitlich ein ganz klein wenig in der direkten Umgebung von Lord Bridges Heimat umgeschaut. Und da ist der Circle of Light. Im Endeffekt, ja. Ja, natürlich, Windstille. Ich liebe es. Hallo? Es ist nicht wahr. Ich steige aus hier. Ah. Das hat mich jetzt... Das hatte ich jetzt gerade nicht erwartet. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Upsi. Ah. So ist es herrlich. Zack, zack. Zack, zack. Treff dir mal, bitte. Bisschen doof, dass ich nicht über Schrägen angreifen darf, die Gegner aber schon. Finde ich jetzt doof. Macht so keinen wirklichen Spaß. Oh, hier hatten wir ja diese lustige Stadt Jü. Ja. Dieser Juni ist ja feind. Ja. Ja. Moment, erstmal heilen wir uns einfach, weil wir es können. So. Da-da-da-da-da. Hier findet man doch schon mal wieder was. So, und jetzt sind wir vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Willkommen zu The Circle of Light! Willkommen zu The Circle of Light! Ahem. So. Gespeichert. Jetzt könnten wir uns das mal überlegen. The Circle of Light! Äh, nee, Life. War ja irgendwie... Ich wusste doch da mal was. Ähm... Ja, komm mal auf dich selbst. Du bist ja auch nicht grad unwichtig. Voll wichtig. Ha! Dieses Mal nicht böse Lava! Hier, Addgem, Moosgem... Äh... Habe ich nicht nichts. Wie verwendet man so einen Sonderbefehl? Ich weiß, dass es einer ist. Das habe ich an der Formatierung. Kann ich da irgendwie... What? Wie? Ich versuche jetzt einfach mal hier so ein Sonderzeichen, Lees. Aber die wollen nicht, ähm... Pree... Nein. Sven hätte ich mich vertippt, aber egal! Mh-hmmm. Okay, ich würde es tun, wenn ich eine Ahnung hätte, wie das geht. Nö, kein Plan. Gut. Gut, hat sich das erledigt. So. Achso, ich kann ja derweil nochmal sowas machen. Aber wir haben ja jetzt Fackeln. Wir hatten ja hier so'n Dungeon. Wir hatten ja hier so'n Dungeon. Meine. So. Ha! 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 Wir können was sehen! Und vor allem, wir können uns garantiert wunderbar verlaufen. Also... Ich zumindest. H-ha! Ha! Ah! Dissens... Miep! Ah, ja. Hätte mir ja klar sein können. Secret Slides. Ah, Hass. Okay, in dem Falle... B-B-C? Ja. Dann wieder hier hoch. Das ist mir ja zu doof so. Also die Musik hier ist ganz witzig. Es ist in Farbe und ansonsten ist es aber auch relativ uninteressant, würde ich erstmal sagen. So sah es zumindest bisher aus. Dichte, dunkle Wälder. Da gibt es doch garantiert irgendwas. Sonst gäbe es diese Wälder nicht. Da bin ich mir sicher. Gut, ich könnte mich irren. Trotz allem. Aber ich bin mir eigentlich sicher. Hm, 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 hm. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Ha, außer dem Dungeon. Okay. Hä? Äh. 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 Ich glaube, ich verlaufe mich da zu sehr im Moment. Hallo, Stadt! Montor West. Ja, ist doch schön. Ambrosiendelight? Was? Ah, ja! Sag doch gleich, dass das nur Futter ist. So, was hier unten? Ja, hier wird doch wohl irgendwas sein. Das ist doch nicht wahr. Nur noch Wände. Schöne Wände zwar, aber Wände. Das ist ja langweilig. Also, falls ich mal einen Mangel an Wänden feststellen sollte, werde ich zu euch kommen. Aber ansonsten... Habt ihr mich jetzt noch nicht so begeistert? Ah, jetzt... Ja, ist okay. Er hat diese Stadt designt. Okay, Gefängnis. Da muss ich doch garantiert irgendjemanden mal irgendwann... ... ... ... ... Ja, ich wollte... ... ... Du kannst nicht vorbei! Nein, das war ein Fall anderer Film. Ja, und immer wieder zwischenzeitlich ein bisschen Heilung reinwerfen, ist ganz sinnvoll. Ich muss auch demnächst wieder leveln, ich brauche Lebensmittel. Ich habe ja nur noch so wenig... Hunger! Oder so. Ja... War erstaunlich uninteressant hier, würde ich jetzt sagen. Ist ja natürlich hier... Im Wald ist noch irgendwer oder irgendwas zu finden oder so. Nein, aber es sieht nicht wirklich danach aus, okay. Wenn wir dann nochmal den Ausgang finden, würde ich sagen, wir gehen wieder. Ah, das müsste doch... Ähm... Ähm... Spiel... Was da grad los? Was da auch immer los war... Jetzt ist es nicht mehr los. War es nicht mehr los. Ja, wir dürfen uns direkt mit dem Viech hier anlegen. Ach, was mache ich denn für Unfug? Ja, also ich werde demnächst auch natürlich die Kämpfe wieder aufscreen führen. Das ist ja... Wird ja sonst albern hier. Nur man soll ja eine gewisse Idee haben... Und so, wie es funktioniert. Man soll sich ja vorstellen können, was ich dadurch mache. Ja, kommt schon. Na also. Ach, nur haut die weg. Die will doch keiner sehen. Die sehen uninteressant aus. Die machen keinen Spaß. Die sind nicht von meinen Massenvernichtungszaubern, die ich im Moment ausüben kann. Effektiert. Also von daher... Zack, zack, zack. Toll. Zack, zack, zack. Aha. Ja! Ein Dieb... Glaub ich. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. He he. He he. Ja, ja, ist okay. Das sind ja mal verhaltensmäßig einfacher Gegner. Das ist schön. Das macht Freude. Hm, hm, hm. Mhm. So. Ah, hier sind wir wieder da, wo ich hin wollte. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir wollen dann mal nach Ambrosia. Nachdem er mich da eben zerrissen hat. Ja. Nur um es mal gesagt zu haben. Ja. Das ist übrigens Kaks... K-k-k-k-k-k. Nicht lange. Diesen Weg. Dem Weg. Dem Weg zu Castle Exodus. Oh, Wind. Hey. So, habt doch mal gelesen, wenn man hier reingeht und wieder rausgeht, also aus irgendeiner Stadt, wird der Wirbel neu positioniert. Vielleicht ist der dann mal in der Nähe. Sieht nicht so aus. Hallo, Gegner. Ja. 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 Ja, Sport. Nein. Hm, hm, hm. Hm. So. Ja, ich steig jetzt bestimmt da rein. Nö. Nö, 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 nö. 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 Das könnt ihr ohne mich machen. Ohne mich. Wo bin ich denn? Hallo? Begone fool. Nö. Ja, toll. Ja, ich habe gelevelt und Zeug. Und ich habe das alles schon mal erzählt. Und dann wurde ich in Ambrosia zerrissen. Und das habe ich mir gedacht, schneide ich raus. So. Bribe me. Ich habe den Befehl bribe, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist ein Sonderbefehl. Da muss man schon. Muss man da. Aber ich kann ja einfach mal, ähm. Gucken, ob ich hier ein bisschen im Kreis laufen kann. Und mich darüber freuen. Hallo? Äh. Die wollen mir aber jetzt nicht unbedingt was, oder? Deathgrudge. Klingt nach einem Dungeon oder so. Ich weiß es nicht. Klingt nach was Bösem. Aber wir öffnen... Wieि es noch? nicht setzen... Die Taste daneben... Die nennt man... Uh, die würde ich gern drücken. 3 Mietern... Nöööööööööööööö? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon kann. Äh, ihr seid doch Bescheid. Wir hatten sowas zu Hause. Also ich nicht. Und ich wollte doch nur nach Ambrosia. Warum renne ich dann hier rum? Da, das Bad. Das ist doch doof. Ja, ähm, nö, ähm, also... Ja, mhm. Wie Sie sehen, sehen Sie nix Interessantes. Gab's hier nicht noch irgendwo ein Stück Wald? Ja. Alle wollen sie gebreibt werden. Ich mein, ich könnte sie alle zu Brei... ...schlagen, aber... Okay, es ist offiziell, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ahaha, Gott sei Dank. Geh mir aus dem Weg, Kerl. Ja, du auch. Sonst wirst du gebreit. Ähm, 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 Ausgang... Aus... ...Gang irgendwo? Ah ja. Merkwürdiger Dieb. Sagt Hallo und ist weg. Sehr merkwürdig alles. Ja, ich glaube, wir werden uns mit dem Pflichter anlegen müssen. spiritsБGOfi-Anhalt. Men alike, amen. Stimmt. From all around the world Waiting in a line To hear the battle cry Ja, ist ja gut, ist ja gut Ist ja gut, seid ja feine Über Ekelhafte Nö, nö, nö Nö Also mit ner Vergiftung Hab ich jetzt ein persönliches Problem Und es sind ja auch gleich Zwei, dann ist ja alles okay Ich hasse euch, ich hasse euch Es ist unfassbar Aber gut, da müssen wir leider durch Auch wenn ich glaube, dass ich euch demnächst Den größten Teil der Kämpfe ersparen werde Ich mein, aufzeichnen werde ich sie trotzdem Aber Die werden dann einfach nur gehighlighted Nun anbetrachtet Dass ich hier jetzt schon fleißig hineingequatscht hab Ach komm, hauen um, Paladino Ach man, du blöder Paladin Hau drauf Perl Jetzt müssen wir natürlich erstmal in eine St- Tat Und vor allem müssen wir uns erstmal Heilen Sonst kommen wir gar nicht mehr bis zur Stadt Oh Wind Wind Ja, du kannst den eh nicht sprechen So Nein Mach ich denn Also ich muss sagen, so langsam Fängt dieses Spiel an mich zu provozieren Fängtajen Fängtabend Chorts